Wir haben, ich habe es eh schon gesagt, eineinhalb Millionen Menschen unter der Armutsgrenze, wir haben 37.000 Obdachlose, wir haben eine halbe Million Arbeitslose und in dieser Situation nochmal 100.000 Flüchtlinge zusätzlich ins Land zu holen, noch dazu, wo es Flüchtlinge sind, wo sogar der AMS-Chef sagt, die werden wir nie unterbringen, die werden 15 Jahre arbeitslos sein. Das macht keinen Sinn. Also das heißt, dieses Gesetz bringt uns wieder Normalität und der Grund, warum die EU das nicht will, ist der, weil es, und das wissen ja die wenigsten, deshalb will ich es heute sagen, es gibt seit 2010 einen Kommissar für Migration, der heißt Aframopoulos, ist ein Griecher und der kümmert sich darum, dass die EU in den nächsten 20 Jahren 70 Millionen Menschen aufnimmt. Das sind im Jahr 3,5 Millionen. Und ich habe das Interview hier von diesem Herrn und der sagt, die EU muss in den nächsten 20 Jahren 70 Millionen Menschen aufnehmen. Alles Migranten. Und der Demisier, der Innenminister von Deutschland, freut sich darüber, dass es diesen Konflikt gibt in Syrien, weil dann qualifizierte Arbeitskräfte in die deutsche Wirtschaft kommen, wo sie sie brauchen. Und das ist der Hintergrund. Das heißt, man schenkt der Bevölkerung nicht reinen Wein ein, will 70 Millionen Menschen herholen und das über die Hintertür Asyl organisieren. Wobei Asyl eben das nicht hergibt. Und das ist genau dieser Konflikt, den wir hier erleben. Sind Sie ziemlich